Photovoltaik spielt in unserer Energiezukunft eine zentrale Rolle und wird auf dem Weg zur Klimaneutralität immer wichtiger. Um unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien zu decken, ist ein massiver Ausbau der installierten Photovoltaikleistung notwendig. Inmitten der Lüneburger Heide, nahe des Ortes Eiendorf, baut die Green Fox Energy GmbH eine hochmoderne Photovoltaikanlage. Die Nennleistung wird später mehr als 15 Megawatt Peak erreichen. Rund 25.000 Module werden dafür verbaut. Hallo, mein Name ist Sven Meissner und ich bin Geschäftsführer der Green Fox Energy. Wir bei der Green Fox Energy glauben fest daran, dass die Zukunft der Energieversorgung auf nachhaltigen Quellen beruht. Wir sind deshalb angetreten, eine nachhaltige Energiezukunft mitzugestalten, die nicht nur umweltfreundlich, sondern wirtschaftlich und jedem zugänglich ist. Der derzeit in Umsetzung befindliche Solarpark nahe des Dorfes Eiendorf in Niedersachsen ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Bemühungen, nachhaltige Energieinfrastruktur zu schaffen. Was dieses Projekt auszeichnet, sind unter anderem die technologische Infrastruktur, die Sonneneinstrahlung am Standort und die topografischen Gegebenheiten. Die Module der modernen Photovoltaikanlage werden nach Süden ausgerichtet aufgebaut und mit einem Neigungswinkel von circa 15 Grad ausgerichtet. Größtenteils freistehend gewährleisten die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen eine relativ uneingeschränkte Sonneneinstrahlung. Die Strecke bis zum nächsten Netzeinspeisepunkt ist kürzer als zwei Kilometer. Das Objektgrundstück ist durch eine befestigte Straße an das knapp einen Kilometer entfernte Eiendorf angebunden. In nur fünf Minuten ist die A7 erreicht, Hamburg ist rund 35 Kilometer entfernt, Hannover circa 95 Kilometer. Zugang und Anfahrt zur Anlage für etwaige Überprüfungen und Wartungen sind damit problemlos gewährleistet. Die Anzahl der Sonnenstunden lag im Jahr 2023 in der Lüneburger Heide bei mehr als 1500 und damit im oberen Bereich des gesamtdeutschen Durchschnitts. Laut dem Deutschen Wetterdienst unterliegt die Globalstrahlung am Standort in den letzten 20 Jahren einen positiven Trend von plus 0,43 Prozent pro Jahr. Wer sind wir? Wir sind ein unabhängiger Projektentwickler und Bestandshalter von Photovoltaikanlagen und verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, die Green Fox Energy erwirbt, entwickelt und errichtet Photovoltaikanlagen, um diese entweder in den eigenen Bestand langfristig aufzunehmen oder sie zu veräußern. Unser Fokus liegt dabei zunächst auf Deutschland. Um erfolgreich sein zu können, bedarf es eines starken Teams. Das Team der Green Fox Energy besteht aus Experten für die unterschiedlichen Themenbereiche, die wir operativ abdecken. Das Team verfügt über langjährige Branchenerfahrung sowie Entwicklungs- und Finanzierungsexpertise im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser Track Record hinsichtlich der seit Ende der 90er Jahre errichteten Anlagen liegt bei mehr als 2,5 Gigawatt. Der Solarpark Eiendorf zusammengefasst. Eine Nennleistung von 15 Megawatt Peak. 25.000 Module nach Süden ausgerichtet. Mehr als 1.500 durchschnittliche Sonnenstunden pro Jahr.